Moin Moin, heute mal ein etwas anderes Video und zwar machen wir hier gerade einen kleinen Testaufbau. Wir haben ein X570 Board mit einer Enamax 120er Wasserkühlung, wie es zum Beispiel in diesem GameStar Mittel-PC drin war, auf einem Ryzen 5800X, der ja auch da drin verbaut war. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das temperaturtechnisch aussieht. Vor allen Dingen, das hier ist jetzt offen. Das ist nicht in einem Case. Zu dem Case kommen wir später noch. Das ist dieses wunderschöne Aerocool Cylon Gehäuse, was eine wunderbare Plastikscheibe hat. Und ich lasse jetzt gerade schon den dritten Cinebench durchlaufen. Wir haben hier gerade eine Temperatur von 22 Grad und ja, ich heiße tatsächlich. Und wir sehen hier im Cinebench an den Ergebnissen schon, dass wir da teilweise an den 90 Grad dran waren. Das heißt, der Prozessor beginnt runterzutakten. Und das ist diese Thematik, was ich euch immer wieder erzähle. Zum Beispiel, wenn ihr den Ryzen 5800X habt, der sowieso ziemlich schwer zu kühlen ist und da eine 120er Wasserkühlung drin ist, dass es halt einfach zu Temperaturproblemen kommt. Wie gesagt, das hier ist ein offener Testaufbau. Das bedeutet, da ist jetzt kein Gehäuse, was irgendwie den Airflow behindert. Das Ding, das steht hier einfach nur schief. Ihr seht Kopf drauf. Und ja, das ist auch ein vernünftiges Board, auch vernünftiger RAM. 3200 Megahertz zwar, aber ist egal. Die Grafikkarte natürlich nur zur Bildausgabe. Wenn ihr jetzt eine stärkere Grafikkarte hättet, dann hättet ihr natürlich noch die Problematik zum Beispiel, dass die Grafikkarte auch Wärme erzeugt und dementsprechend wird es noch wärmer im Gehäuse. Und dann sind die Temperaturen nicht so geil. Und ich zeige euch gleich nochmal das Endergebnis. Wenn dieser Cinebench Run hier gleich durch ist, das sind jetzt noch vier Minuten, ich cutte das natürlich. Und dann seht ihr mal die Temperaturergebnisse außerhalb des Gehäuses. Ich werde natürlich noch hergehen und dann später das ganze Ding in ein Gehäuse reinbauen. Und klar, mit dieser kleinen Grafikkarte, was soll's, ich habe gerade keine andere da. Und dann schauen wir uns da auch mal die Ergebnisse an. Was ich euch in der Zwischenzeit noch zeigen kann, ist dieses wunderbare Mikro-ATX-Board. Das war bei diesem PC mit dabei. Kurze Hintergrundstory. Hier war ein Kollege von mir, ist vorbeigekommen, hat seinen PC aufrüsten lassen, hat dann halt dieses Gehäuse, dieses Mainboard und hatte da drauf einen Ryzen 3900X, der jetzt auch nicht gerade temperaturtechnisch einer von den kalten Prozessoren ist. Und da war halt eben auch diese Wasserkühlung dabei, die man da vorne sieht. Und ja, man sieht, mit dem Ding ist nichts los. Keine gekühlten Spannungswandler, was ich euch immer wieder sage. Nur einen RAM-Riegel hat er ja tatsächlich da drauf. Den haben wir auch getauscht. Der hat jetzt, glaube ich, die Ripshaws da drin oder die Fury RGB. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, anschlusstechnisch. Gut, immerhin sechs USB-Ports. Aber ansonsten ist da halt auch nicht viel los. Und das ist halt einfach ein Rotz-Board. Gerade für einen Ryzen 3900X. Also wir sehen auch schon, dass der Prozessor hier mit seiner Leistungsaufnahme ein bisschen runtergeht, weil wir halt einfach hier oben Temperaturen haben, die jenseits von gut und böse sind. Ich gehe noch mal etwas näher dran. 90 Grad. Da fängt er natürlich an, schon runterzutakten. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ein bisschen scrollen. Der kann 4850 MHz und läuft jetzt auf 4500, weil er sich selber halt schon ein bisschen gedrosselt hat. Beschneidet natürlich ein bisschen eure CPU. Müsst ihr immer so dran denken. Und ja, dann könnt ihr nicht die volle Leistung ausfahren bei einer 120er AIO. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Ergebnisse hinterher sind, wenn wir das ganze Ding gleich in dieses wunderschöne Case reinbauen. Das wird sehr gerne von Memory PC verwendet, glaube ich. Die haben das auf ihrer Startseite. Ich blende das gerade mal ein, falls das nicht der Fall sein sollte. Aber ja, das Gehäuse ist halt auch nichts. Wenn wir jetzt hier mal so schauen. Diese Plastikscheibe, die schraube ich gleich noch ab. Ich halte die gleich mal gegen das Licht, dass ihr auch sehen könnt, was mit diesem Kunststoff dann irgendwann passiert. Vielleicht sehen wir es auch schon, wenn die Hardware gleich eingebaut ist, weil da sieht man schön Kratzer und so weiter. Kabelmanagement technisch ist natürlich überhaupt nichts los. Wundert euch nicht über den Staub. Wie gesagt, es ist ein gebrauchtes Gehäuse. Kabelmanagement technisch ist halt hier kein Kanal, wo man vernünftig verlegen kann. Klar, ihr habt hier diese paar Ösen, wo ihr jetzt zum Beispiel Kabelbinder nehmen könntet und dann die Kabel festbinden könntet. Aber wenn von hier aus, von dem Netzteil, das dicke Mainboardkabel zum Beispiel rauskommt, das Stromkabel, und muss hier rumgelegt werden, da kommt noch die Blechplatte drauf, dann habt ihr da eine Delle drin. Je nach Netzteil. Man kann natürlich Flachbandkabel irgendwo benutzen, aber das ist auch nicht das gelbe vom Ei. Und das ist halt einfach nur dünstes Blech. Ich kann das Ding mit einem Finger hochheben. Da ist halt überhaupt nichts los mit dem Teil. Muss man wirklich so sagen, wie es ist. So, jetzt haben wir hier nochmal das Endergebnis. Also wir sehen hier schon an den Punkten, der Test da drüber war glaube ich noch von der 240er Wasserkühlung, die ich mal für euch getestet hatte, wo ich auch das Go-Away gemacht habe. Die ist ja mittlerweile schon weg. Also da braucht jetzt keiner mehr mitmachen, dass ihr Bescheid wisst. Und hier sieht man halt, dass die Temperatur so weit da gepiekt ist, so bei 90,8. Der hat dann dementsprechend runtergetaktet, dass er nicht da drüber kommt. Das sind keine idealen Ergebnisse für so einen Prozessor. Also ihr kriegt da halt echt Probleme mit, wenn ihr dann irgendwie streamen wollt. Gut, Cinebench ist jetzt natürlich so, dass der wirklich Hauptlast wirklich auf die CPU geht zu 100%. Wenn ihr jetzt natürlich streamt und zockt, dann habt ihr manchmal solche Auslastungen. Je nachdem, ob ihr jetzt über den Prozessor rendert oder nicht. Oder ihr macht Bildbearbeitung oder Videobearbeitung oder sowas in der Art, dann kommen solche Ergebnisse durchaus mal zustande. Gerade wenn ihr über längere Zeit ein Video rendert. Wenn ich so ein YouTube-Video zum Beispiel rendere und wenn das nur Gameplay ist von euch oder so, ihr wollt das rendern, dann zieht das schon ordentlich am Prozessor und da kann es passieren, dass er runter taktet und es dann halt länger dauert. Ja, klar. Aber beim Zocken kann es halt dann passieren, kriegt ihr Mikro rucklau und sowas. Ist halt ärgerlich. Muss nicht sein. Und jetzt zeige ich euch gerade nochmal diese Scheibe. Also die Scheibe da, die ist halt echt am Wabbeln. Also das ist schon, weiß ich nicht, wie stark ist das? Ungefähr ein Millimeter? Vielleicht 1,5? Wenn wir das mal so in die Softbox halten. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig sieht. Ja. Sollte man sehen. Also diese ganzen kleinen Mikrokratzer, die ihr da so drin habt. Natürlich jetzt ein paar Fingerabdrücker und so, ist klar. Das ist halt nichts. Ich versuch's nochmal gegen die helle Decke hier. Nö, das funktioniert nicht so gut. Also im Endeffekt ist es halt einfach so, dass ihr dann viele Kratzer drauf habt. Die wird irgendwann so ein bisschen milchig. Dann sieht die Hardware da drin nicht mehr so gut aus. Ich glaube, wenn man so hält... Nee. Aber ich denke, ihr habt's gesehen. Und in dieses wunderschöne Case werden wir das jetzt einbauen. Wie gesagt, das ist ein bisschen staubig, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann's halt wirklich mit einem kleinen Finger gut. Die Seitenwand ist jetzt hinten ab und die Scheibe auch. Aber die Scheibe wiegt ja nichts. Kann ich mit einem kleinen Finger hochheben. Ist das billigste vom billigsten. Ich weiß nicht, ich glaube, das kostet im Endkundenmarkt sogar 50 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall zu viel. Da kriegt ihr zum Beispiel von Silenzium PC oder Bequiet auf jeden Fall bessere Gehäuse für. Ich muss euch gerade mal was zeigen. Ich war gerade dabei, diese süßen kleinen Abstandshalter-Schräubchen hier reinzupacken, weil wir natürlich von den Mikro-ATX-Anschlüssen, also sagen wir, was heißt Anschlüssen, von diesen Schrauben, die hier sind, die müssen wir natürlich nach unten versetzen, weil wir jetzt Full-ATX einbauen. Ja, glaubt ihr, die Dinger passen da rein? Ich hab versucht, ich hab die hier original rausgeschraubt, versucht hier reinzuschrauben, da unten oder hier. Keine Chance. Krieg ich nicht rein. Zumindest nicht gerade. Ich könnte ein neues Gewinde schneiden mit den Dingern, das ist mir klar, aber ich hab sogar mit einer Zange probiert und alles. Keine Chance, die da reinzukriegen. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, das Board einigermaßen damit zu befestigen, was ich jetzt hier hab. Ist natürlich nicht ideal, aber für die Leute, die ein bisschen Kenner haben, das Video später sehen, ihr habt da den Grund, warum es eben nicht anders geklappt hat. Das Gehäuse ist so rotzig. Sagst du euch so, wie es ist? Das kannst du vielleicht für einen Büro-PC nehmen. Da passt auch Mikro-ATX dann bei einem Büro-PC, aber das soll ja ein Gaming-PC sein. Ich wollte noch eine kleine Sache zeigen. Wenn ihr viel PCs schraubt, für die Kenner unter euch, das Ding ist ganz geil. Das ist kein Placement. Ich krieg von Bosch dafür nix. Das hab ich auch nicht zur Verfügung gestellt bekommen, hab ich selber gekauft. Das benutze ich halt selber. Ich find's halt top. Da drückt ihr drauf und dann ist für die faulen Leute. Ihr könnt dann beide Richtungen machen. USB-C-Anschluss zum Aufladen. Ich find's persönlich halt ganz geil. Wollte ich einfach mal zeigen. Hab ich mir irgendwann mal gekauft. Bockt. Ja, ich weiß jetzt, warum die ein Mainboard genommen haben ohne gekühlte Spannungswandler. Wenn ihr gekühlte Spannungswandler habt hier oben, passt der Lüfter oben nicht mehr rein. Da war vorher ein Lüfter drin. Den musste ich jetzt rausholen. Ich hab die Wasserkühlung sowieso hier verbaut. Hier war halt vorher ein Lüfter drin und der passt einfach nicht mehr, weil er zu dick ist. Kriegt er das Mainboard einfach nicht rein. Ist zu weit unten dran. nicht ganz so optimal tatsächlich. Und hier auch dieses wunderschöne Blech, was man rausbiegen muss, wo man sich auch schön dran schneiden kann. Eigentlich sind die geschraubt, aber bei diesen billigen Gehäusen, da sind das halt einfach diese Blechdinger, die ihr dann mit zwei Fingern verbiegen könnt. Ist einfach nur Rotze. Und das hier ist halt die Thematik, wenn ihr diese Bleche habt. Bei dem Mikro ATX eben war die Grafikkarte irgendwie ein Slot höher. Jetzt ist er halt ein Slot tiefer. Jetzt habt ihr hier ein wunderschönes Loch. Optisch nicht so geil. Klar, das Ding steht wahrscheinlich mit der Rückseite zur Wand, aber ja, kommt Staub rein und ist halt Kacke. Also bei besseren Gehäusen ist es halt so, dass es verschraubt ist. Dann könnt ihr hier noch eine Blende dran schrauben, dann ist das wieder zu. Die könnt ihr aufbewahren. Hier ist es jetzt halt einfach so. Jetzt bin ich gerade an der Verkabelung dran von dem Teil. Hab hier den CPU-Stromstecker, den man normalerweise da oben durch so ein Loch reinlegen kann. Das Loch ist einfach nicht vorhanden. Beziehungsweise, wenn wir die ganze Geschichte jetzt mal drehen, ohne dass mir das Ding jetzt vielleicht hier umfällt, das Loch ist schon da. Das ist nämlich das hier. Das Board ist davor. Funktioniert halt einfach nicht. Es ist so ein Rotzcase. Jetzt muss ich das Kabel vorne durchs Gehäuse legen. Ich hab mir versucht, ein bisschen Mühe zu geben. Gut, das hier oben. Das ist alles noch ein bisschen Klimm-Bimm, aber ich hab hier alles schön durch die Löcher gelegt, was natürlich auch nicht ganz optimal ist, aber so ist es halt. Jetzt muss ich das Kabel gleich hier unten durch das Loch an der Grafikkarte vorbei da oben hinführen. Ich hoffe, es ist lang genug, dass wir den Prozessor auch mit Strom versorgen können. So, die Verkabelung habe ich jetzt mehr oder weniger halt alles, was ich nicht brauche, hier unten reingestopft. Hier haben wir dieses dicke Kabel, von dem ich eben gesprochen habe. Das liegt jetzt vor der SSD. Ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwie diese Seitenscheibe da draufkriege. Ich gucke mal eben, ob ich die Kamera so hingestellt kriege, dass man das einigermaßen sieht. Vielleicht passt es drauf, vielleicht auch nicht. Muss man mal schauen. So. Ja, ich merke auf jeden Fall hier schon Widerstand hier unten. Das ist klar, weil ihr halt einfach keinen Kabelkanal habt. Äh. Jetzt muss man hier ein bisschen drücken, dass es... Ach, das ist so rotze. Jetzt ist es hinten wieder raus. Okay, die öfters PCs bauen, die kennen das. Da braucht man manchmal vier Hände für. So. Jetzt schauen wir uns das mal an, ob man da eine gewisse Wölbung sehen kann. Ne, nicht so wirklich, dass es hier ein bisschen raussteht. Man sieht, es federt halt nach hinten weg. Es geht aber noch einigermaßen. Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ihr dürft da jetzt natürlich keine fette Hardware drin verbauen mit vielen Kabeln oder Corsair-Lüftersteuerung oder sowas, weil dann wird es halt irgendwann sehr, sehr eng. Vor allen Dingen, wenn ihr so einen Commander Pro noch da reinmacht oder ein Node, also so ein Core Node oder was auch immer, dann wird es ein bisschen eng. So, das ist jetzt auch wirklich der erste Test. Ich habe noch nichts eingeschaltet oder so. Wir schauen mal, ob ich alles richtig gemacht habe. So, Strom ist an. Dann schalten wir die Kiste mal an. Ja. Ja, ja. Es scheint zu funktionieren. Ja, Tastatur und Maus leuchten auch. Jetzt brauchen wir nur noch ein Bild. Das wäre ganz geil. Und wir sind im BIOS gelandet. RTS-System nicht erkannt. Äh. Äh. Kacke. Okay. Noch mal gucken, was mit der SSD ist. Also ich habe die SSD jetzt einfach noch mal rausgelegt, um zu schauen, was damit war. Ich habe den SATA-Port geändert. Also wir waren jetzt auf SATA 3. Jetzt sind wir auf SATA 1. Jetzt funktioniert es. Keine Ahnung warum. Oder sie wollte einfach Frischluft und ihr gefällt es in diesem Gehäuse einfach nicht. Kann ja sein. Ich baue das jetzt wieder zusammen und dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an, was da passiert. Hört ihr das plätschern? Ja, jetzt ist es wieder weg. Schade. Hier sieht man doch noch mal ganz schön, ja, es ist schwierig, es mit der Kamera einzufangen, aber wie blind einfach diese Kunststoff-Seitenwand wird. Ich weiß, ich spreche das Thema jetzt zum zehnten Mal an, aber es regt mich einfach auf. Weil, das ist halt Schrott. Das ist einfach Müll. Also, ich würde so ein Case niemals kaufen. Ich meine, die RGB-Beleuchtung und so, klar, das kommt irgendwo noch durch, aber es verschmiert so. Ihr habt hier diese, diese Kratzer. Der ist einfach nur, einfach nur Kacke. Klar, es ist gebraucht, aber putzt ihr da zweimal drüber mit dem Saver und ein bisschen Glasreiniger, dann sieht es halt so aus, ne? Also hier läuft jetzt gerade der Cinebench. Äh, ich weiß nicht, hört man das? Ja, ne? Das Rauschen. Das, also das Ding ist echt laut. Es brummt auch irgendwie, weil irgendwas in dem Gehäuse schwingt. Ähm, wir lassen den OCCT jetzt mal, OCCT sag ich schon. Cinebench mal durchlaufen. Danach machen wir OCCT, weil dann die Grafikkarte mitbelastet wird, auch noch ein bisschen Wärme abgibt. Und dann schauen wir uns da gleich mal die Ergebnisse an. Mmh, schön. Nach Gefühl zweieinhalb Minuten schon 90 Grad. CPU taktet schön runter. Ich hab auch das eben nochmal gerestartet. Hängt irgendwo bei 4200 MHz. Also 4650 hatten wir in der Spitze. 4200 hat er jetzt runtergetaktet. Äh, ist auch einigermaßen laut. Hört man das? Ich denke schon. Äh, ja, ich glaube, das können wir abbrechen. Ähm, wir machen mal OCCT und gucken, was dabei rauskommt, weil er taktet jetzt schon so hart runter. Da brauchen wir gar nicht weitergucken. Und auch im OCCT-Test, hier stehen die Temperaturen nochmal etwas größer, sieht man halt 88,1. Dann bleibt er irgendwie stabil. 87,4. Hat auch schon hart runtergetaktet. Also er könnte mehr, wenn er wollte, macht er aber nicht. Das ist jetzt der Leistungstest von OCCT. Da haben wir halt Grafikkartenlast und Prozessorlast. Sprich, die Grafikkarte strahlt jetzt noch natürlich Wärme ab, weil sie belastet wird. Und er wärmt damit natürlich auch die Luft über der Grafikkarte. Also die warme Luft steigt dann nach oben, wird dann hinten durch diesen Radiator durchgeblasen. Und der kommt damit natürlich überhaupt nicht zurecht, ne? Also die Temperaturen, sie sind schon rot. Äh, die Taktrate wird nicht erreicht, wie ich schon sagte. Und das ist halt nix, ne? Also dieses Case und die Wasserkühlung auf dem 5800er Ryzen, das ist halt sehr mutig. Und, ähm, ich würde sowas nicht kaufen, tatsächlich. Weder das Case, also diese Memory-PCs, gut, wenn's ein Bürorechner ist, kann man sich das überlegen. Aber diese Gaming-PCs mit diesem Case und auch ne 120er Wasserkühlung halt einfach auf nem 5800X, das funktioniert so nicht. Das ist einfach Bullshit. Ihr seht auch, es geht ja nicht runter, großartig. Der hatte da mal nen Peak von 90. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das jetzt nicht neu gestartet nach dem Cinebench ran. Aber wir haben jetzt hier immer noch stabile 88 Grad und, äh, ja, so ist es halt. Man könnte natürlich Abhilfe schaffen, indem man jetzt die Seitenwand aufmacht. Dann würden die Temperaturen natürlich runtergehen. Ist aber nicht Sinn der Sache. Wobei, so ne hässliche Seitenwand würde ich halt schon irgendwie abmachen. Und, äh, ja. Also ihr seht, wir haben diesen Test jetzt gemacht. Ich hab kein Bullshit gelabert. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass vielleicht ein anderes Ergebnis rauskommt, weil ich hatte das halt so aus Erfahrungswerten genommen. Hab's selber noch nie getestet. Jetzt hab ich's mal getestet. Ihr seht, es funktioniert nicht vernünftig. Und, äh, ich werde auf dieses Video auch immer wieder verweisen, wenn jetzt so ein Fall nochmal eintreten sollte. Vielleicht kommen die sogar auf die Idee, den 7600X oder so mit einer 120er Wasserkühlung zu kühlen. Muss ich da gucken, ob ich dann drankomme. Werde ich dann natürlich wieder testen. Äh, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Drammchen nach oben da und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich von so einem Review, sag ich mal, halte. Da war jetzt kein Placement drin oder sonst irgendwas. Das waren alles Teile von mir, beziehungsweise von dem Bekannten, der den alten PC hier einfach abgeliefert hat, den ich umgebaut hatte. Und ich durfte die Sachen halt behalten. Das war ganz cool. Dementsprechend konnte ich das jetzt testen. Ich hätte den 5800X jetzt natürlich auch auf das kleine Mainboard drauf schnallen können. Äh, wäre auch nicht so geil gewesen. Deswegen, also, lasst es euch gesagt sein. Das Case, die Wasserkühlung, das hat jetzt nichts direkt mit Enamax zu tun. Die können da auch nichts für. Äh, allgemein 120er Wasserkühlung auf dem 5800X funktioniert halt einfach nicht, ne? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ihn euch nach oben da. Abonniert den Kanal, falls es ihn noch nicht gemacht hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.